Hallo zusammen zur folgenden Aufgabe. Die Differenz zweier Zahlen beträgt 5. Subtrahierst du vom 9-fachen der größeren Zahl das 7-fachen der kleineren Zahl, so erhältst du 65. Wie heißen die beiden Zahlen? Klicke kurz auf Pause, bearbeite die Aufgabe, gleich gibt es die Auflösung. Vergiss nicht dein Abo dazulassen und jetzt gibt es die Auflösung. Wir nennen die größere Zahl x, dann ist die kleinere Zahl x-5, da ja die Differenz 5 beträgt. Das 9-fachen der größeren Zahl ist 9 mal x und das 7-fachen der kleineren Zahl ist 7 mal dieses x-5, ganz wichtig in Klammern. Die Rechnung lautet, vom 9-fachen der größeren Zahl subtrahieren wir das 7-fachen der kleineren Zahl und dann erhalten wir 65. Jetzt zusammenrechnen. 9 mal x ist 9x. Jetzt ausmultipliziert. Minus 7 mal x ist minus 7x. Minus 7 mal minus 5. Zuerst Minus mal Minus ist Plus, 7 mal 5 ist 35. Jetzt bringe ich die 35 auf die rechte Seite. Davor steht Plus, ich rechne das Gegenteil, auf beiden Seiten Minus. Das kann ich hier zusammenfassen. 9x minus 7x sind 2x und rechts 65 minus 35 ergibt 30. x soll alleine stehen. Dazwischen ist eigentlich ein Malpunkt, ich mache das Gegenteil, auf beiden Seiten geteilt durch 2. 30 geteilt durch 2 ergibt 15. Das heißt, meine größere Zahl ist 15 und meine kleinere Zahl ist also 15 minus 5 und damit 10. Schreib mal in die Kommentare, ob ihr es lösen konntet. An dieser Stelle möchte ich mich noch recht herzlich bei all meinen aktuellen Kanalmitgliedern bedanken. Vielen Dank für eure Unterstützung. Teile niemals durch 0, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.